Zack, ist wieder Freitag. Was lag die Woche so im Rathaus an? Einmal Thema Blackout. Was passiert, wenn wir einen länger dauernden Stromausfall haben? Hier wollen wir vorbereitet sein. Wir haben schon Schnittstellen, zum Beispiel im Volkerer Feuerwehrhaus oder auch im Rathaus oder Bauhof für Notstromaggregate. Da werden wir jetzt mal konzeptionell tätig und wollen uns auch noch ein Notstromaggregat zusätzlich beschaffen. Dann DSL-Glasfaser, ganz wichtig für die noch unterversorgten Stadtteile. In der ersten Stadtratssitzung nach der Sommerpause gibt es weitere Informationen. Das hat uns die Woche auch beschäftigt. Dann Grundsatzbeschluss Freiflächenphotovoltaik. Wir machen einen Kataster. Da haben wir das die Woche auch für die nächste Stadtratssitzung vorbereitet, für mehr Freiflächenphotovoltaik in der Gemarkung Volkach. Thema Freibad beschäftigt uns ständig. Wer was wissen will, schaut bitte auch mal ins Bürgerportal. Ich werde immer wieder angesprochen. Wir haben gerade vor wenigen Tagen die ersten konkreten Entwürfe bekommen. Wir stehen jetzt im Austausch wegen der Energieversorgung, weil wir möglichst CO2-neutral werden wollen. Und weitere Infos baldmöglich dann auch im Stadtrat. Und ihr seht, ich bin gerade noch in Amt und Hürden. Was auch immer wieder dazugehört, Traumen. Ich hatte heute noch einen schönen Traum. Und am Wochenende ist noch Kabarettsommer Volkach. Herzliche Einladung. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende.